Es ist bestimmt sich einen Film zu Ende anzusehen von einem deutschen Regisseur. Es ist ja nicht so, dass mir alles aus Amerika gefällt, doch das deutsche Kino ist nun mal das schlechteste der Welt. Im Lichtspielhaus, wenn dir die Mischung aus Ekel und Scham den Atem nimmt. Wird dir dann klar, wenn's das nicht eh schon war, dass etwas Wichtiges nicht stimmt mit diesem Volk, mit diesem Land, mit seinem Herz, seinem Verstand. Es ist ja nicht so, dass mir alles aus Amerika gefällt, doch das deutsche Kino ist nun mal das schlechteste der Welt. Es ist ja nicht so, dass mir alles aus Amerika gefällt, doch das deutsche Kino ist nun mal das schlechteste der Welt. Es ist ja nicht so, dass man bei so etwas gerne recht behält, doch das deutsche Kino ist nun mal das schlechteste der Welt. Musik 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 Musik